So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zum Horden-Modus mit der Karte Nummer 2. Ich habe die schon einmal aufgenommen, auch wie ich es kannte, im Horden-Modus Level 1 vorhin sagte, also was ja vor dem ersten DLC kam, habe ich gesagt, dass ich Level 1 und 2 im Horden-Modus nochmal aufzeichnen werde. Ihr seht ja auch, ich habe es schon durchgenommen. Da habe ich geflucht und deswegen... Ich mache das an sehr schnell nochmal, weil ich gehe auch nochmal sicher. Die Kampagnen, die nicht, da habe ich ein bisschen geflucht, die lasse ich so. Aber hier hatte ich im Original, wo ich das erst mal aufgezeigt habe, so richtig hart geflucht und richtig hart beladet habe ich dann sozusagen vor mir hin. Deswegen zeichne ich das nochmal ganz neu auf, um auf Nummer sicher zu gehen. Wie gesagt, Level 12 ist vor... Level 12 ist vorgabe, sie abzuschließen. Je nachdem, das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Vielleicht auch bis Level 20. Weil, der bekommt nämlich da auch nochmal eine Trophäe ab, Level 20. Hoch, damit auch nochmal hoch. Je nachdem, wie nett das Spiel zu mir ist. Nee, da kann ich nur noch nicht rein. Ich kann aber schon mal... Ich kann mir die hier schon mal hinlegen. ...dass die aus meinem Bereich gleich wieder weg sind. Tötele 50, damit die Propellerklingeln verlässt, dann über die Dinger beispielsweise. Achso. Na Leute, dann macht man ein bisschen schneller hier. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Aber ich habe diesen Leben so ungefähr. Und ich komme auch nicht hier drauf. Erst am Ende vier. So, dann habe ich... Nein, ich bin nicht hoch. Versuche, wo ich immer da gerade getroffen habe. Oh, ich bin noch ein bisschen schneller. Oh, ich bin jetzt hier noch. Oh. 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 Den Propeller kann ich mehrmals usen, die natürlich hier nicht, den kann ich nur einmal nutzen Sie auch gucken, dass von hinten keiner kommt Wir haben auch klar, dass ich hier nicht treffe Jetzt aber Der ist da hinten Was ich vergessen habe, Welle 1 und Welle 2, Team Hornwurst, habe ich jetzt aufgenommen am Samstag, am 2. Mai Wir haben es jetzt 23.54 Uhr Nur damit ihr wisst ungefähr, welche Zeit denn ganz dazwischen ist So, dich mache ich, dass ich später ein Vorbeilaufenden halt das Ding nehmen kann Armored Giant Ich habe meine Kiste jetzt hinter mir weg Der habe ich jetzt hier oben Jaaa, Junge Hat denn der Pflolog, dass du immer genau denn an die Wachtläufst Okay, der trägt noch Raketenwerfer Raketenwerfer Nochmal Raketen Was ist das jetzt? Das ist jetzt einmal noch was ich da kriege Die Raketenwerfer Auf Leuk Weis Jetzt gestern Nur ich kann daneben schießen. Okay. Das war's für heute. Schutte ihn down! ich will das schon sechs auf das hier bis 20 wie ich auch nicht Treffe! Ey, ich hatte so'n Bullshit, ganz ehrlich. Und hat 20 Schuss, weiß ich nicht, Ziel 30 mal daneben soll dafür. Ja. Das ist so'n... Ah, war ist ja leckerisch. Na, hab ich da keinen Bock drauf. Okay, hier steht keine Kiste mehr, okay. 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 So long. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, kann doch auch noch rum. Ja, kann doch auch noch rum. Got you, Freak. Too slow. Ihr number is up. I'll show you a sniper. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube sicherlich nicht in die Mitte Ich glaube sicherlich nicht in die Mitte Ja wie ich auch nicht treffe diesen Runde Sohn Ja, es war schön, dass ich dieser scheiß Stolper nicht sehen kann Willst du mich verarschen, Mann? Dass ich diesen Bastard nicht treffe Ich glaube nicht in die Mitte Ich glaube nicht in die Mitte Okay Ich glaube nicht in die Mitte ja komm erst hilfe selbst also ist nicht an und jedes mal hüpfen die woanders hin weil man zu dicht dran ist das kotzt mich so an das ist das ding wo ich das letzte mal so richtig hart geflucht habe ich will auch mal dass der pizsniper so sitzt dass ich ihn auch angreifen kann der lebt doch immer noch lebt doch ja ich hänge wieder mal so eine pissecke fest das ist doch so lächerlich so lächerlich weil sie die treffen kann er noch auf 30.000 kilometer meister und ich schaffe noch nicht mehr sind doch da hat flach zu genalten du wirst ja 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 meine frage sind ja woanders ja guckt das an heute die logik weiß doch nicht muss frei rumlaufen also er trifft ja auch an die beise es gibt nichts schlimmeres außer sch... verkackte scharfschützung er werden werde ich nicht noch drehen also ich sage jetzt schon ich mache keine welle 20 jahre da habe ich jetzt schon keinen bock mehr drauf ja ich bin schon voll gut das war jetzt meine musste ich hatte noch ja 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 porque ja ja eine klappe es Das war's. 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 Okay. 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 Das war's.